Guckt euch das Display an. Hammer! Hammer! Es ist scharf! Hallo ihr fantastische Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute ist eine besondere Folge. Und zwar eine kleine Bastelfolge. Und zwar ist mir jetzt letztens ein Gameboy in die Hände gefallen, der schon seine besten Tage hinter sich gelassen hat, sage ich mal. Ihr seht, er ist vorne vergilbt. Das Display ist erkratzt. Er sieht nicht schön aus. Und da dachte ich mir, hey, das nutzt ihr jetzt mal, um mal ein neues Projekt zu starten. Und zwar wollte ich schon immer mal einen Umbau machen. Aber ich habe mich immer nie so technisch herangetraut. Und ich habe jetzt mal letztens bin ich drüber gestolpert. Es gibt dieses IPS 3 Display Umbau Kit, was durchaus machbar auch für Neulinge aussah. Und gesagt, getan. Ich habe mich etwas drum gekümmert. Ich habe mir das bestellt. Und zwar nicht nur das, sondern auch noch einen lang gehegten Traum erfüllt. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie dieser Umbau geht. Vorweg, ich bin wirklich kein Experte. Seht dieses Video bitte so etwas aus der Sicht eines Neulings, der so einen Umbau noch nie gemacht hat. Und vielleicht auch mal für euch als Anreiz, euch da mal ranzutrauen. Vielleicht war es ja auch so wie ich. Ich dachte mir immer so, ha, Elektronikumbau, ob du das hinkriegst und ob das denn was wird, etc. Ei, 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 ob das was wird. Aber wir werden zusammen jetzt mal dieses Abenteuer, sage ich mal, erleben. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, was ich bestellt habe. Und zwar habe ich in England einen schönen Shop gefunden namens Retro6. Das ist ein wunderbarer Shop. Den verlinke ich euch natürlich unten. Ich bin sehr zufrieden damit. Hat sehr schnell geliefert. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, was ich da alles bestellt habe. Einmal habe ich diesen IPS3 Umbau-Kit bestellt. Der besteht einmal aus dem Display hier und einmal aus der Platine dafür. Das ist im Prinzip das Umbau-Kit. Was hier in diesem Shop sehr schön ist. Ihr seht hier hinten dieses Teil hier. Das kommt normalerweise auch gesondert und muss manuell draufgeklebt werden. Und auch das hier, das ist ein Einbaurahmen. Den werden wir später für den Einbau brauchen, um das Display einigermaßen dran zu fixieren. Auch das kam hier schon dabei, ist vormontiert. Auch dieses Kabel hier muss man ansonsten immer selber reinstecken. Das heißt, der große Vorteil an diesem Laden ist, das kommt schon alles quasi vorbereitet. Ihr müsst nicht selber löten, ihr müsst wirklich nur schrauben. Und das kommt mir natürlich sehr entgegen. Auch hier, hier ist die Hauptplatine. Hier ist auch schon ein neuer Lautsprecher schon angelötet. Normalerweise in dem Kit, was ich so in diesen Videos gesehen habe, muss man das erst anlöten. Und das ist hier schon gemacht. Ich entferne mal hier den Klebestreifen. So. Das ist einmal der Lautsprecher. Ich bin mal ganz vorsichtig. Auch das ist alles vorbereitet. Das ist natürlich für mich als Anfänger wunderbar. Nimmt mir viele Ängste, was zu machen. Hier noch ein Breitbandkabel, was ich später denn zum Verbinden brauche. Und das besondere Highlight, was diesen Shop ausmacht, eine Custom Case habe ich mir bestellt. Und ist auch eingetroffen. Das ist im Prinzip ganz einfach. Ihr habt eine Photoshop Vorlage. Entschuldigung. Und da könnt ihr die halt gestalten, wie ihr wollt. Ihr schickt es ein und die bedrucken das. Ihr könnt euch auswählen, ob ihr auch die Knöpfe mit bedruckt haben wollt. Ich dachte hier bei dem Design, da bietet es sich an, die mit zu bedrucken. Dann könnt ihr euch hier auch noch die Screen Farbe aussuchen. Und natürlich die allgemeine Case Farbe. Ich habe mich jetzt mal für ein einfaches Weiß entschieden. Theoretisch könnt ihr gegen Aufpreis auch noch hier diese Umrandung des Screens mit bedrucken lassen. Das habe ich jetzt mal gelassen. Und ich sage euch, so ein Custom Game Boy Case in dem Design. Wunderbar. War auch gar nicht so teuer. Ich habe jetzt für beides zusammen. Zusätzlich habe ich mir hier noch so einen Schraubenzieher für den Game Boy mitbestellt, weil ich keinen hatte. Zusammen dafür habe ich alles so ungefähr 100 Euro plus Versand bezahlt. Was ich persönlich vollkommen fair finde. Vor allem hier, dass das bedruckte Case kostet glaube ich dann 25 Euro so ungefähr. Pi mal Daumen. Da ich die Buttons habe bedrucken lassen, ist das natürlich noch ein bisschen teurer. Und hier ist der Vorteil auch. Ich öffne das hier mal. So. Wenn man das hier einmal aufklappt. Seht ihr hier nämlich, der normale Game Boy hat hier auch noch zwei Halterungen und hier auch noch so eine Plastikstrebe nenne ich es mal. Das müsstet ihr normalerweise in einem Game Boy Case bei dem Umbau entfernen. Ist hier auch schon vorbereitet. Also Freunde, was wollt ihr mehr? Es ist wirklich hier relativ anfängerfreundlich gemacht. Aber ich würde sagen, genug der langen Vorräte. Ich wage mich jetzt einfach mal an die Geschichte. Und das ist natürlich jetzt der erste Schritt, den alten Game Boy auszuschlachten. Das gilt natürlich alles im Fast Forward. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen hin. So, das Vorderteil habe ich jetzt einmal entfernt. Das quasi, was hinten ist, das Hinterteil, das brauchen wir. Und ich würde sagen, dann fangen wir jetzt hier mit dem neuen Case an. So, ich mache das einmal raus. Das sind hier einmal dann die Buttons. Dass das entsprechend rausgeht. Und wir installieren jetzt als nächstes das neue IPS-Kit. Inklusive, das kann eigentlich so drin bleiben, glaube ich. Das ist ja schon quasi vorbereitet. Ich muss hier nur kurz gucken, wie ich das Steuerkreuz hier wieder richtig reinmache. So, perfekt. Das hätte ich gar nicht rausnehmen brauchen. Und wir installieren, so muss es rum. Das sind hier die Gummikontakte mit den Buttons. Das muss wahrscheinlich einmal so hier rein. Perfekt. So, und jetzt installieren wir einmal das neue Kit hier zuerst. Das ist das hier. Wie man sieht, es müsste eigentlich so rum wahrscheinlich sein. Oder doch andersrum. Es ist nicht so einfach, Freunde. Es ist nicht so einfach. Und zuerst sollte man wahrscheinlich auch hier die Folie abmachen. Wie gesagt, ich bin kein Experte. Das habe ich auch nie behauptet. So. Ich würde sagen, so passt es. So passt es rein. Genau da sind die Schraubblöcher. Der Einbaurahmen passt. Ich klebe das hier kurz mal, dass das nicht verkratzt. Hier noch rum. Ja, ich würde sagen, festschrauben. Dann mit der Platine verbinden. Ich gucke mal, wie es geht. Wie ihr seht, wie angekündigt, ich bin kein Experte. Ich hoffe, mal das Beste. Viel Spaß. So, nach das geschafft ist. Tasten gehen alle einigermaßen. Lautsprecher sitzt. Kommt noch jetzt der alte Teil hier festgeschraubt. Und dann verbinden wir beides mit diesem Breitbeinkabel. Und dann Fingers crossed. War es das schon. Und sollte laufen. Wünscht mir Glück. Ich bin aufgeregt. Es war definitiv etwas Fummelei, aber jetzt sind die beiden Teile alt und neu verheiratet. Also, jetzt im Prinzip, ich hoffe, drückt die Daumen. Nur noch zusammenschrauben. Und dann sollte es gehen, wenn es denn irgendwie zusammenpasst. Ja, okay, wenn der Lautsprecher rausguckt, ist das natürlich ungünstig. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin, wenn es im Schnelldurchlauf ist. So, kleiner Schnitt. Jetzt passt es ja vollkommen zusammen. Man merkt da nämlich, dass ich einfach nicht erfahren bin. Ich habe eine Schraube falsch gesetzt und dadurch ging eine Schraube nicht durch. Jetzt passt es allerdings alles komplett tuti zusammen. Und ich bin aufgeregt. Ich bin wirklich aufgeregt. Ich mache jetzt einfach mal die Batterien rein. Ich hoffe, 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 dass alles funktioniert hat und dass alles läuft. Ich hoffe das Beste. Es ist mein erstes diese Art der Projekte. Ich würde sagen, Batterien sind drin. Fortress of 4 natürlich. Was denn sonst? Ich mache es an. Wie man sieht, muss ich, glaube ich, mal die Displayfolie hier wegmachen. Es scheint aber irgendwas zu laufen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Das berühmte Pusten. Immer noch Pusten. Die haben ein perfektes Nintendo und ich kann jetzt schon sagen, boah. Guckt euch das Display an. Hammer. Hammer. Es ist scharf. Spielt sie es? Ja, wunderbar. Alter. Also das Display ist wunderbar. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber guckt euch das mal an, Freunde. Auch hier, das mit dem Gehäuse ist super spielbar. Das war ich weiß. Hier kann man Kontrast machen. Ich glaube, genau, hier kann man die verschiedenen Farbmodi sogar durchschalten. Indem man hier auf den Kontrastknopf drückt. Ich zeige euch das mal. Verschiedene Modi. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Wie geil sieht das aus, Freunde. Und das habe ich zusammengebaut. Ich Technik-Node. Oh, guckt euch das mal an. Ich bin begeistert. Ich bin geflasht und begeistert. Und es bleibt nur noch eine Aufgabe. Ich mache es mal aus. Es kommt natürlich noch die Display-Scheibe drauf. So. Und zwar, damit das hier auch einen kompletten Look verpasst bekommt. Ich bin begeistert. Ich habe es hingekriegt. Ich habe es wirklich hingekriegt. Und jetzt, Freunde, ich bin geflasht und begeistert. So. Ich muss das hier wahrscheinlich. Okay. Ich überlege gerade, wie man das hier in der Mitte entfernen soll. Weil das ist ja die Display-Scheibe. In der Mitte sollte man vielleicht durchgucken können am besten. Ich bin verwöhnt. Es war ja noch das hier mit dabei. Aber das ist, glaube ich, nur der Kleber für eine normale Ersatzscheibe. Irgendwie muss ich hier das in der Mitte gerade noch entfernen. Sehe ich gerade. Boah. Jetzt ja keinen Fehler noch machen. Das ist hier nämlich jetzt gerade nämlich logischerweise Doppelklebeband. Oh, ich zitter. Ich zitter, dass ich hier keinen Fehler mehr mache. Okay. Habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Nicht, dass ich hier das schönes Plastik-Inlay noch kaputt mache. Theoretisch. Ah, so löst sie es. Ganz vorsichtig. Nicht, dass ich die Scheibe jetzt noch zerkratze. So. Und das kommt jetzt hier ganz vorsichtig drauf. Guckt es euch an, Freunde. Ich bin begeistert. Ich bin... Ich bin... Alter. Ich... Ich bin so geflasht. Ohne Witz. Also die Qualität. Also nur, falls ihr noch einen Case habt, etc. Dieses Umbau-Kick kostet, glaube ich, um 60 Euro. Guckt es euch einfach mal an, was für ein geilen Display. Und wie gesagt, diese verschiedenen Farben. Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Hier so ein leicht grünes, zum Beispiel, falls ihr den Redlook habt. Und es ist super scharf. Ich kann natürlich jetzt euch nur mal kurz zeigen. Ich habe jetzt keinen großen Umbau. Ich habe einen kleinen anderen Umbau. Das müsste irgendeine vorherige Version sein. Aber das kommt noch nicht mal ansatzweise an diese Helligkeit und an diese Schärfe ran. Ich bin geflasht und begeistert. Und nehm es bitte als Beispiel. Ich bin wirklich ein Technik-Noob vor dem Herren. Ich habe bisher solche Umbaus immer wieder... immer wieder aufs Weg gegangen, weil ich mich getraut habe. Aber ich habe das hier geschafft. Guckt es euch an. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Aber bevor ich jetzt hier euch zuf-schwärme, die Links haue ich euch unten rein, wie ihr so ein Custom Case bekommen könnt. Ihr habt gesehen, den Umbau ist ein bisschen Formelei, wenn man sich nicht so exakt mit auskennt. Aber durchaus mit zwei technischen linken Händen, so wie ich das habe, auf jeden Fall schaffbar. Freut mich, dass ihr reingeschaut habt. Vielen Dank. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Ciao.